Hallo, willkommen beim Wohnhochigolf. Leider habe ich letzte Woche ein Video nicht hochgeladen, habe hier in Lüttesburg viel zu tun. Ich freue mich, weil viele von euch mich hier besuchen. Und bitte, falls du es noch nicht gemacht hast, entweder mit mir hier in meinem Heimatclub hier an der Nordsee in der Nähe von Holland bei Norden. Mach einfach eine Stunde und wir können zusammen an deinem Spiel arbeiten. Oder besuche mich bald auf einer Golfreise. Ich würde mich freuen. So, heute geht es um dieses Ding. Dieses so schöne Eisen. Eisen für mich ist das Herz des Golfspiels. Wenn du die Dinge kannst, kannst du scoren, kannst du grün treffen. Nur die Kurzeisen, das können wir alle, oder? Die kriegen wir hin. Aber die längere. Eisen 5 von heute ist vor ein paar Jahren ein Eisen 3 gewesen. Somit ein Eisen 5 kann man gerade schlagen, weit schlagen. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Rescue oder Eisen oder Holz und Eisen an einem Paar 3, dann nehme ich das jede Zeit. Ich habe mehr Kontrolle über den Ball. Heute habe ich drei meiner Lieblingstipps für dich, die dir helfen werden, den Ball besser zu treffen. Mit den Eisen. So, bitte schau alle drei Tipps bis zum Schluss an und geh anschließend auf den Platz und probiere sie aus. Ich glaube, du kannst sie auch gleich im Wettbewerb umsetzen. Bald kommt die Clubmeisterschaften und viel Spaß beim Videoschauen. Viele Golfe vergessen, den Rückschwung zu vollenden. Nur beim Eisenschwung ist Ebene so wichtig, dass man beim Abschwingen die richtige Ebene findet. Und das wäre ungefähr so. Und um dies möglich zu machen und einfacher zu machen, ist es notwendig, dass man sich wirklich viel aufdreht. Mein Rücken zeigt zum Ziel. Ich habe sogar das Gefühl, dass mein Unterrücken zum Ziel zeigt. Trotzdem bleibe ich in der Achse. Okay? So, meine Hände, siehst du, sind nicht weit hinter mir. Die sind hier vor meinem Körper. So, ich möchte, dass der Schläger vor parallel endet. Aber eine gute Rotation. Und von da ist es viel einfacher für mich, den Ball von innen zu treffen. Okay, das ist ein 160 Meter Schlag mit Eisen. Fünf. Bleib da. So, nachdem du dich voll aufgedreht hast, ist es Zeit, den Schläger in dieser Position zu bekommen, da wo du beim Ausholen warst. Und bitte das tun, während du das Gewicht verlagerst. Nur die meisten Golfer sind kurz vor dem Treffement eher in dieser Position, also bessere Spieler. Und von da kann es natürlich gut klappen, aber es ist nicht sehr konstant. So, wenn du es schaffen könntest, die Hände tiefer zu bekommen, tiefer mit dem Schläger leicht vorne, dann musst du nur die Arme und den Schlägerkopf zum Ziel schieben. Und genau das bitte trainieren. Ausholen, dann runterdrücken, dass die Hände so niedrig wie möglich sind. Und von da schiebe nach vorne. Es ist ein komisches Gefühl am Anfang, aber es lohnt sich, weil du nicht viel oder gar nicht kompensieren musst, wenn du die Hände tiefer hast. Okay, so, ich mache das jetzt mit Ball. Ich habe hier ein Eisen 4. Ich bekomme dadurch einen viel geraderen Ballflug. Also wenn deine Eisen zu viel Kurve haben, dann wirst du sofort sehen, dass du gerade bist. Bitte beim runterdrücken, schaue auch, dass der Schlägerkopf vorne ist. Du bist keine Angst, du bist da nicht außen. Du bist genau auf der Ebene. Hauptsache deine Hände sind hier relativ tief und dicht am Körper, Po rausgesteckt. Und du wirst das Treffen und vor allem die Richtung sehen mögen. So, der letzte und glaube ich sehr wichtiger Tipp ist folgendes. In meinen Stunden merke ich immer wieder, Golfe, die Probleme mit Eisen haben, kommen beim Ausrollen aus der Achse heraus. Irgendwas passiert, es wird aufgerichtet zu sehen, aber meistens hält der Golfe seinen Wirbelsäulewinkel nicht. Oft liegt es an Flexibilität oder einfach, dass sie vergessen, ihre Hüfte zu bewegen. So ist es wirklich entscheidend, dass du die Hüfte rotierst beim Ausrollen. Und wenn ich das tue, kann ich oben auch mich drehen und mein Wirbelsäulewinkel bleibt konstant. Okay, so, das ist ganz wichtig, dass du hier rotierst, damit du drehen kannst. Und was auch sehr hilft, damit du oben mehr Spannung hast. Und das musst du bitte erstmal probieren. Wenn du die Profis genau anschaust, wirst du sehen, dass sie es tun. Und es generiert super viel Power. Dieses Mal habe ich einen Eisen 5, eine recht enge Bahn wieder. Die Lützensburger Bahnen sind schon eng. So, ich hole aus, wie gerade beschrieben. Aber jetzt, im letzten Moment des Rückschwunges, bewege ich meine linke Schulter oder meine linke Seite etwas zum Ball und etwas nach links. So, ich habe beim Ausrollen eine leichte Verlagerung nach rechts gemacht, aber minimal. Und dann dies hier. Und da geht der Kopf ein bisschen runter. Und das ist ganz gut, weil von hier muss ich, ich bin gezwungen, mit meiner linken Seite zu arbeiten. Und die rechte Seite muss natürlich auch nach vorne. Aber von hier muss ich diese Seite strecken. Die linke Schulter muss hoch, die Hüfte muss hoch, das Bein muss gerade werden. Und dann plötzlich habe ich offene Hüfte und bin über den Ball. Es gibt einen Satz auf Englisch, you must cover the ball. Ich decke den Ball beim Ausrollen. Und du wirst, glaube ich, jetzt auch sehen, wenn ich den Schlag so verwende oder mache, dass da viel Power, Musik hier ist durch den Ball. Es geht los. Da habe ich ein sattes, kleines Divot gemacht. Das war schön Ball-Boden-Kontakt. Und von hier muss ich aktiv mit meiner Hüfte werden, was nur Vorteile hat. Und dieses bisschen runter mit der Schulter sorgt dafür, dass ich eine kleine laterale Bewegung mache und die Arme eher senke und nicht nach vorne bewege. So, danke, dass du dieses Video geschaut hast. Ich denke, drei sehr wichtige Tipps für die Eisen. Und ja, ich wünsche dir wirklich viele, viele knackige Eisenschwinge. Tschüss.